Unsere Partnerschaft mit Perceptiv oder früher Saberien ist seit 1997, also wir sind schon sehr lange Partner, ist der richtige Partner für uns, für Österreich. Warum? Österreich ist ein Land der Klein- und Mittelbetriebe. Das heißt, es gibt hier sehr gute Lösungen, die wir im Mittelstandsbereich anbieten können. Unsere meisten Projekte machen wir im Bereich Eingangsrechnungen, Capturing bzw. Eingangsrechnungs-Workflow mit Saberien als passende Archivierungs- und ECM-Komponente darunter. Die ERB-Produkte, die wir einbinden, sind die klassisch großen SAP bzw. Microsoft Dynamics Navision oder SAP, beziehungsweise haben wir auch einige Integrationen für österreichische Produkte geschrieben. Das zweite Thema ist, wir sind auch ein sehr starker SharePoint-Partner in Österreich, Partner der Microsoft und haben wir sehr viel Know-how und bieten auch sehr oft Lösungen an, wo wir eben die Integration von Saberien, Perceptiv und SharePoint anbieten können, weil die Kunden das wünschen, Kombinationen daraus und wir in beiden Bereichen sehr viel Know-how haben. Die Wertwerte für unsere Kunden der Partnerschaft von Artacker Computersysteme mit Saberien Perceptiv sind die, dass Perceptiv und Saberien Marktführer sind, im Gartner Quadranten sehr gut geführt sind und wir selber in Wien ein Kompetenzcenter haben, wo wir Lösungen anbieten können. Das heißt, der Kunde hat den Vorteil, dass er einen Marktführer hat als Hersteller und uns als lokalen Partner. Wir selber haben 15 Leute, mit denen wir Projekte machen, auch ein eigenes Support-Center, mit denen wir dementsprechend unsere Kunden betreuen können. Die Kunden schätzen das sehr, dass sie auch im Support-Fall nicht in irgendeinem Call-Center anrufen. Mit den Ansprechpartnern, die wir im Support-Center haben, die kennen die Personen und nicht irgendeine Ticket-Nummer und sprechen mit einer anderen Person, die sie nutzen und freuen sich einfach sehr, dass sie hier eine sehr persönliche Betreuung haben und deswegen haben wir Kunden seit 1997 und die sind auch sehr zufrieden mit uns. Unsere Kunden sind Mittelstandskunden, beziehungsweise auch im öffentlichen Bereich. Wir sind also nicht speziell auf eine Branche fokussiert, weil klassische Eingangsrechnungsprojekte, Personalaktprojekte, Vertragsmanagementsprojekte haben nichts direkt mit der Branche zu tun. Und unsere bekanntesten Kunden sind die Firma Schenker, die Firma Quitzter, die Wirtschaftskammern in Niederösterreich, Salzburg, Burgenland und Tirol. Einige Versicherungen gehören zu unseren Kunden, wo wir tätig sind, auch produzierende Unternehmer. Das heißt, wir sind jetzt nicht speziell auf eine Branche fokussiert, sondern versuchen hier die Kunden einfach mit hochqualifizierter Beratung dementsprechend dann Lösungen den Kunden zu implementieren und dahinter einen guten Support zu bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017